Hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und in der heutigen Folge gibt es wieder die letzten Spiele der Champions Finals. Wir haben noch drei Spiele verbleibend und uns fehlt noch ein Sieg für Rang 1. Darum soll es in dieser Folge gehen. In der letzten Folge habe ich euch mein Team gezeigt und damit lief es dann soweit eigentlich auch ganz gut. Ich stehe dann jetzt 15 zu 2 nach Adam Riese bei drei verbleibenden Spielen und ich brauche wie gesagt einen Sieg, den 16. Sieg für dann Rang 1. Das möchte ich mit euch zusammen erspielen und ich kann eigentlich auch schon direkt weitergehen und auch relativ schnell schon hier die Szene ändern. Ich weiß gar nicht, ich hätte euch auch einfach so begrüßen können. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Interessanterweise suche ich sehr lange für den Gegner. Das ist ein bisschen komisch, weil eigentlich ein Champions, also ein Foot Champions ist sehr schnell geht und das hatte ich jetzt heute zumindest schon zwei, drei Mal, dass ich ein bisschen länger gesucht habe und dann ist der Ping so bei 28 bis 30 Millisekunden. Das probiere ich eigentlich zu vermeiden. Ich spiele lieber, ich habe immer eigentlich so zwei Optionen, also vielleicht sogar eine dritte manchmal. Entweder so 16, 18 Millisekunden, ja. Oder halt so der Range 28 bis 30, 32 Millisekunden. Ich werde hier kurz einen Cut machen, wenn das jetzt hier länger dauert, meinen Gegner zu finden für dieses hoffentlich letztes Spiel. Na gut, wir haben jetzt hier einen. So, und das meine ich, ne? Das ist dann halt diese andere Range, wo es zwischen 16 und 20 Millisekunden schwankt. Das ist ein gutes Team. Das ist ein gutes Team. Ist jetzt nicht über, über, überragend, aber er hat eine Icon. Ultra Genio. So, oh, an den kümmern wir uns ja auch noch gut von. Schade. Der lag eigentlich auf dem Boden an FIFA. Was war denn das? FIFA, was war denn das für ein FIFA, wo ich den gespielt habe? Es war FIFA 20. Da waren die fünf Sterne Weakfoot von ihm total OP. Oh. Ich wollte eigentlich auf Messi spielen. Boah. Monville. Ach Mann, das ist so ein lächerlicher Scheiß. Wenn der Spieler, wenn der Gegner euch den Ball in die Füße spielt und der prallt ab, als ob ihr eine Gummiband seid. Und er bekommt den einfach deswegen direkt wieder. Den spielt er mir da sowas von geil durch die Gasse. Es ist brutal verzögert. Ich merke schon wieder, dass ich da One-Touch nicht spielen konnte. Richtig sick. Ich hatte heute richtig gute Verbindungen. Ich habe heute kein einziges Mal gesagt, als ob ich streamen würde, gerade so gefühlt. Auf einmal habe ich hier eine schlechte Verbindung. Das ist sick. Ich habe heute kein einziges Mal gesagt, so, oh, das ist aber jetzt irgendwie hier spürbar delayed. Aber das ist offensichtlich. Das ist echt insane. Na gut. Es ist hier aber noch nichts passiert. Es stört halt einfach nur brutal. Oh, ich wollte ihn auf Neymar spielen. Ah, und er knallt den einfach so daneben. Ich wollte auch gar nicht offensinier spielen, sondern auch, ich wollte zweimal auf Neymar spielen. Merke ich gerade. Boah, guckt euch das an, wie lange das dauert. Das ist der Wahnsinn. Ja, schön. Schade, ich habe zweimal einen Shot Cancel gemacht. Der zweite war halt in den Gegner hinein. Wir holen mal einen kurz. Aber ich glaube, ich habe eine ganz gute Chance, wenn ich den hier hart auf den zweiten bringe. Das klappt mal. Wobei... Ja, doch, 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 doch. Boah, guckt euch das an, wie der in der Luft steht. Wahnsinn. Also das muss ich echt sagen, das habe ich ein bisschen am Anfang unterschätzt, wie krass das teilweise mit diesen Duellen in der Luft ist, wie das aussieht. Also da haben sie wirklich einiges an neuen Stuff so implementiert, was halt wirklich total anders aussieht, wie das sich da eben gerade fast aufgestützt hat quasi. Mir gefällt es eigentlich nicht schlecht, wie das Spiel jetzt läuft, abgesehen davon, dass ich das Gefühl habe, mit der Verbindung ist halt echt schwer. Boah, es dauert alles so lange. Musst du mir mal entgegen da? Guckt euch das an. Ich kann da in solchen Momenten nicht dribbeln, das ist insane. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ja. Oh, das war wieder eine Shot Cancel, aber... Ach, allerletzten Moment. So, probieren wir das nochmal so, wie eben gerade. Ich glaube auch, dass ich ihn ehrlich gesagt hart hier hinbringen kann. Und der Teuter, so wie er steht, kommt da nicht ran. Probieren das mal. Ablenkungsmanöver und jetzt hier schön dagegen kommen. Ja, der sieht gut aus. Und Bob. Boah, der hält den. So, machen wir eine andere Taktik. Gut. Geile Taktik. Das ist schön gemacht. Das ist auch das erste Mal, dass es so geklappt hat in FIFA 22, obwohl ich den Move jetzt schon ein paar Mal probiert habe. So einen leeren Drag-Back. Ja. Kein Scheiß machen. So einen leeren Drag-Back und danach einen Außen-Elastiko oder einen normalen Elastiko. Guck mal, den lassen wir reinlaufen. Und dann wird es unangenehm. Bup. Der ist nicht mehr abseits, ne? Nice. Wichtiges Ding. Ich hätte ihn... Ich hätte mit ihm ziehen, die direkt spielen müssen auf Messi. Das wäre dann einfach ein schönes... Nein. Benni. Mach mich nicht schwach. Huiuiui. Okay. So, einmal hier ein bisschen befreien. Schön mit Übersicht. Okay, nochmal. Das ist mir alles zu eng da. Der Gegner sieht aus, als ob der Overlord Ballside spielt. Aber so sieht es in FIFA 22 nun mal aus. So, wir haben den letzten Angriff. Machen wir den hier rein. Spielen wir den zurück. Und... Das ist das 3 zu 0. Let's go. Schön passend zur Halbzeitpause. Ich glaube, nach und nach konnte ich dem Spiel immer mehr meinen Stempel aufdrücken. Und... Ja. 4... 4,0 Expected Goals. Und ich glaube 0,3 beim Gegner. Jetzt sieht es wirklich gut aus. Schön. Jetzt können wir schnell umschalten. Der Gegner macht nämlich hier Pressing. Kriege ich den? Jetzt kriege ich ihn. Was ist hier los? Hör mal auf! Aus! Okay. Er macht halt jetzt richtig unangenehme Abseitsweine die ganze Zeit. Und... Ja. Okay, cool. Extrem starker Ball. So, und das ist das 4 zu 0. Habe ich halt... Es ist halt ein bisschen zusammengeeiert. Da machen wir uns nichts vor. Gegner geht raus. Damit habe ich dann den 16. Sieg hiermit gesammelt. Mich hat ein bisschen die Connection geärgert, aber ich glaube nach und nach konnte ich auch ein bisschen was zeigen. Und im Endeffekt war es dann ein souveräner und durchaus verdienter Sieg. Damit habe ich den 16. Sieg. Ich habe jetzt noch zwei Spiele verbleibend. Ich werde ganz kurz was machen, um an die letzten beiden Punkte zu kommen, die ich brauche für Rang 1. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit den Belohnungen. Nee, ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine bessere Idee. Denn das habe ich jetzt schon zweimal bei der Qualifikation für die Playoffs gemacht. Also für die Finals quasi. Bei der Qualifikation. Für die Finals habe ich das in den Playoffs gemacht. So rum. Ich mache jetzt hier keine neuen Verträge. Ich spiele jetzt einfach mal aus Spaß. Ihr wisst vielleicht, was kommt. Oh. Das ist leider nur ein Concept Squad. Die Koreaner. Ihr seht einen kleinen, feinen Zusammenschnitt von zumindest einem Spiel in der Weekend League, in den Finals mit den Koreanern. Was haltet ihr davon? Die kämpfen. In den Playoffs habe ich letztens, im letzten Spiel, als ich 8 zu 0 stand, jemand ein richtig geiles Spiel, ein geiles Spiel abgerungen. Habe leider verloren. Aber jetzt mal schauen. Ihr habt ja auch gerade gesehen, ich habe auch den zweiten Silver Star erspielt. Den dritten brauche ich noch. Uh. Ich habe hier leider nicht den aktuellen Stand von meinen Taktiken drin. Egal. Der Gegner denkt halt, ich werde wahrscheinlich ihm jetzt einen Sieg giften. Mache ich ja irgendwo auch, wenn ich mit den Koreanern spiele. Aber er bekommt ihn halt nicht so direkt. Er muss dafür schon spielen. Er schießt ihn sich fast selber rein. Oh oh. Da ist eine Riesenlücke. Oben läuft ein Spieler drüber. Und meine Spieler raffen nichts. Ach Mensch. Das ist bitter. Ach. Ach. Oh, der ist nicht im Aufsatz, ne? Wenn er den macht. Ah. So, jetzt haben wir hier. Ich glaube, er macht jetzt. Ah, ich dachte, er bekommt den durchgespielt. Ist gut. Ich denke, es gibt jetzt hier die Halbzeitpause. Gegen den Gegner ist sogar theoretisch was drin. Aber ich werde trotzdem, wenn ich hier das 2-0 kassiere, rausgehen. Weil ich habe leider ehrlich gesagt gar nicht so viel Zeit. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich wirklich drei Spiele spiele. Und ich muss ja noch die Rewards aufmachen. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel Zeit für die Aufzeichnung eingeplant. Aber mal schauen. Ja. Oh, der ist nicht im Aufsatz, glaube ich. Rotes Time Finish. Ein bisschen bitter. Das ist ein bisschen bitter. Das war aber, glaube ich, auch mein erster Schuss. Muss ich erst mal wieder reinkommen. Leider hat er das Tackle verpasst. Und jetzt gibt es das 2-0. Also es ist in Ordnung. Ah, es ist abseits. Ich will es eigentlich fast kassieren, dass ich jetzt hier raus kann. Denn ich muss weiter. Okay, wir wechseln jetzt hier nochmal zwei Spiele ein. Okay, das ist dann jetzt das... Nein, es fällt nicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, der Gegner war am Zittern. Ich habe das Gefühl, er war richtig am Zittern. Oh, der hat sich gerade so ins Hemd gemacht. Ich glaube, er gibt mir jetzt nicht nochmal den Ball. Ja, das ist nicht so clever. Okay, das war auch nicht sonderlich. Oh. Was macht ihr da? Ich mache drohtes Time-Finish. Ich war so nervös. Oh Gott, der hat ihn einfach reingeschossen ohne Time-Finish. Das war so schlecht. Okay, ich habe dem Gegner jetzt gerade dadurch hammerhart den Sieg gegiftet, dass ich da das... Es wäre aber auch nicht verdient gewesen gerade am Ende. Ich stelle jetzt nochmal ganz kurz... Ich mache noch ein zweites Spiel. So, ja, wir haben den Gegner. Uff, jetzt sehe ich erst gerade, was das für ein Team ist. Ich glaube... Das wird eher eine kurze Nummer. Weil ich den halt hammerhart schnell abfertigen werde. Guck mal, er denkt halt, glaube ich, nicht, dass ich spiele. Okay, ja, das ist halt... Zu erzählen, wie alleine so ein Mbappé, der sich... Vor meinen Spieler direkt springt. Wenn ich da reingekommen wäre. Schön gespielt. Schöne Parade. Okay, ich glaube, ich habe da keine Chance im Koffer-Duell. Ja, doch. Easy. Wenn ich da den Ball verteilt bekomme. Nice. Jetzt haben wir richtig schön Platz. Und schnell sind sie ja eigentlich. Boah, das war ein Shot-Cancel, der fast... ...Incredible Busted gewesen wäre. Scheiße. Schön. Kein Foul auch. Das war auch gut. Okay. Interessanter Move. Ja. 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 Let's go. Let's go. We are in this game. Ich hoffe, der ist... Ja, der ist im Abseits. Ja. 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 Vielen Dank. Ja. Oh, ich musste mit Dreieck spielen. Aber Ball ist noch heiß. Ha, hier ist was drinne, meine Freunde. Yes, geile Balleroberung. Was ein Chaos. Okay, jetzt habe ich ein kleines Problem. Der ist hoffentlich im Abseits. Ja. Guckt euch diesen Ball an. Ja. Oh Gott. Das bekomme ich mit meinen normalen Verteidigern schon nicht verteidigt. Na gut, mit den Koreanern ist es halt einfach. Aber so ein Mbappé, wenn er da so läuft, wenn er da so lang stratzt, wie ein Verrückter. Oh. Oh, der Gegner geht schon sehr viel Risiko gerade. Directed Runs in diesen Situationen, ihr seht das, was die für ein Potenzial haben. Oh, jetzt hat er Pressing an. Jetzt wird es richtig unangenehm mit den Spielern hier. Mit den Silberspielern. Und aber, wenn ich die Konter bekomme. What? Der ist im Haus. Oh, scheiße. Oh. 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 Wie soll das gut gehen? Wie soll das bitte gegen das Pressing gut gehen? Ja, so. So geht's gut. Boah, wie die mich in die Zange nehmen. Alter. Ja, ganz entspannt. Oh. 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 Der ist nicht im Abseits, ne? Doch, doch, doch. Ist er. Okay, es ist der Abseitspfiff und der Halbzeitpfiff. 2 zu 0. Und das ist nicht mal unverdient, glaube ich, wenn man das... Ja, doch. Es geht klar. Also, gut. Die zwei Tore sind halt schon glücklich, dass ich zwei mache. Aber, na gut. Ich glaube, es ist sehr glücklich, dass ich noch keinen kassiert habe. Oh, oh. Alles klar. Auf den wollte ich sicherlich spielen. Mir wird es gerade ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Weil der Gegner vielleicht wirklich... Wirklich... Nein! Der ist aber Abseits, pass auf. Ja. Weil er dann noch den Ball an die Füße vom Mitspieler bekommt. Weil ich wollte gerade sagen, weil der Gegner vielleicht wirklich den Sieg noch braucht. Guckt euch das an. Das wäre zu geil gewesen, wenn der reingegangen wäre. Oh Gott. Ich glaube, der Gegner ist richtig... Auf Tilt. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Pass auf. Mein Plan wäre gewesen. Ich wollte jetzt das Spiel zu Ende bringen, sodass es klar ist, dass ich gewinnen werde. Das wollte ich gerne zeigen und dann hätte ich ihm noch den Sieg geschenkt, weil ich das dann besser... Also ich hätte das so besser gefunden. Aber er geht halt raus. Aber ich hätte ihm den Sieg dann noch gegeben. So hole ich jetzt den letzten Sieg mit den Koreanern. Sehr schön. Es war wirklich eine spaßige Geschichte. Und ich glaube, ich sollte das mal irgendwann eine ganze Weekend League versuchen. Oder was sagt ihr? Nun gut, das sind die Rewards. Sehr schön, dass es für Rang 1 gereicht hat mit so einem schönen Finale. Und passt auf. Wir gehen jetzt hier sang- und klanglos einfach drüber. Das Team of the Week ist ziemlich scheiße. Aber ich gehe deswegen davon aus, dass ich sehr gute Player Picks vom Rating her haben werde. Aber Spielworte, oder dass es einer ist, der was wert ist, glaube ich nicht. Aber ich werde dieses Abdunkeln und so weiter lassen. Wir machen die Player Picks und wenn sie schlecht sind, ist es auch in Ordnung. So wie ich es schon gesagt habe, sind es zum ersten Mal wirklich brauchbare Player Picks. So ein Ndombele sieht ja eigentlich ganz cool aus. Kamaric hat nochmal das bessere Rating. Ich glaube, ich nehme Ndombele, weil den kann man nochmal eher, der ist halt eher nochmal spielbar. Und wie gesagt, ich gehe jetzt davon aus, hier werden jetzt wahrscheinlich auch brauchbare Spieler oder bessere Spieler dabei sein. Ja, wie ich es gesagt habe, mit einem Ginter hier nochmal auch dann ein schönes Rating. Das waren die Player Picks. Ich freue mich übrigens sehr auf die Foot Champions Upgrade SPC, wo man dann diese roten Player Picks reinstecken kann. Aber das ist nur so eine kleine Randnotiz. Ich reg mich darüber jetzt nicht mehr auf. Insbesondere bei so einem schlechten Team of the Week. Ihr seht das, ich habe einiges wieder an Packs. 15 Stück davon werde ich, ah ne, ja gut, die Team of the Week Packs werde ich auf keinen Fall aufmachen. Ich habe hier noch so kleine, aber natürlich dann auch ein paar größere und natürlich auch das Ultimate Pack. Irgendwo muss es sein, das ist ganz am Ende anscheinend. Ihr seht, wie immer, die Highlights. Small Rare Mixed Player Pack. Wieder ein Inform. England, Chilwell wahrscheinlich. Nein, es ist Jude Bellingham. 10.000 Münzen. Und jetzt noch das Rare Electrums Player Pack. Das sieht doch gar nicht so verkehrt, das ist ein Walkout. Spanien, Busquets. Alles klar. Ne, aber das ist gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, das habe ich für irgendeine SPC bekommen. Das hat sich dann gelohnt. Dazu noch ein Lucas Moura, also, ja gut, was sage ich, Lucas Moura, der ist ja auch nichts wert. Aber, immerhin, ein Busquets. So, das war ja alles ganz nett, aber darum ging es ja eigentlich wirklich, nämlich dieses Ultimate Pack. Logischerweise, die Team of the Week Packs mache ich bei diesem doch eher schlechten Team of the Week nicht auf. Aber das Ultimate Pack. Gerade noch Road to the Knockouts in den Packs und entsprechend mache ich es jetzt hier auch auf. Bam, es ist ein Walkout. Es ist, das ist Mané. Das ist Mané! Let's go! Oh, scheiße, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der noch was wert ist. Aber 50k wird er noch bringen, oder? Ich weiß es nicht, ob ich gerade, ob das nah dran ist oder total, ich wollte nämlich übertrieben niedrig sagen. Wahrscheinlich kostet er nur 100.000 oder so. Aber das ist, das... Ein doppelter Premier League Walkout mit Bruno Fernandes. Das checken wir doch mal ab hier. What? Der ist noch über 200.000 Münzen wert? Holy Hell! Oh, Freunde. Oh, Freunde. Also, der ist über 200.000 Münzen wert. Bruno geht wahrscheinlich... Der ist ja nur noch bei 80.000, 90.000. Ne, nur noch, glaube ich, 70.000. Ne, ne, 60.000. Aber man, ne. Sehr gut. Und wir haben noch 15 Duplikate. Und ich habe ein paar nette Spieler im... Ja gut, aber... Na doch, vielleicht geht da noch was. Ne. Aber das ist nice. Das ist gut. Und ich sage gerade noch so, oh, Freunde. Damit kommt natürlich wieder einiges an Münzen zusammen. Und Upgrade-Möglichkeiten kommen näher. Aber gut, das sehen wir dann vielleicht in einem anderen Video, in einer anderen Folge. Ich hoffe, euch hat das soweit gut unterhalten. Und wenn ihr vielleicht mehr Lust auf die Koreaner in Food Champions sehen wollt, dann lasst mich das doch wissen. Ich werde jetzt hier nicht irgendwie eine absurde Like-Anzahl sagen, sondern ihr wisst, was zu tun ist. Wenn ihr Bock drauf habt, dann liked einfach mal das Video. Und ich weiß auch, das hätte ich viel, viel früher sagen müssen, weil dann hätten doch viel mehr Leute das gesehen. Nun gut, ich hoffe trotzdem. Es war ein lustiges Video für euch, unterhaltsam. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.